Endphase, erster Satz, Aufschlag Midek, gegen Reiß könnte der heißen, hat ein sehr, sehr unangenehmes Spiel. Ich fürchte zweimal Noppen außen ohne Unterlage. Der Klang lässt sowas vermuten. Von daher habe ich durchaus befürchtet, dass Midek da seine Probleme haben könnte, weil das für ihn recht ungewohnt ist, er gegen sowas wie er nicht trainieren kann. Aber so wie es ausschaut, ist der Gegner zwar unangenehm, aber nicht sicher genug. Um dieses Spiel zu gewinnen, das wäre jetzt mal die Bilanz nach einem Satz. Da kann noch viel passieren. Vielen Dank.